Ahoi Leute und herzlich willkommen zu meiner Review zu One Piece Manga Kapitel 1013. Ja Leute, Kapitel 1013 wurde mir von dem einen oder anderen so ein bisschen schmackhaft gemacht. Ich habe da vielleicht auch so ein bisschen falsche Erwartungen gehabt. Gar nicht im negativen Sinne oder so, ich habe halt einfach nur mit was anderem gerechnet. Aber nichtsdestotrotz war das Kapitel doch echt ein ganz ganz nices Kapitel. Vor allem, weil dieses Kapitel geschafft hat, naja, dafür zu sorgen, dass ich so ein bisschen mitgelitten habe mit einem Charakter, mit einem Ding. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, was mir eigentlich so komplett scheißegal sein sollte. Und wenn Oder, beziehungsweise wenn One Piece das schafft, dann ist das doch zumindest ein sehr sehr positives und ein sehr sehr gutes Zeichen. Und dementsprechend reden wir da jetzt mal drüber. Ja Leute, das Kapitel war natürlich zu, sage ich jetzt mal so 70 oder 80 Prozent, ich würde sogar sagen eher 80 Prozent, sehr darauf zentriert, was rund um Nami, Lysop, Big Mom, Ulti etc. passiert. Und natürlich habe ich im letzten Chapter, in meiner letzten Review schon gesagt, dass ich mir natürlich auch hoffe, dass Nami jetzt hier ihren Moment kriegt, ihren Kampf kriegt. Und dass auch Lysop vielleicht, ja, wie soll ich es sagen, dass Lysop vielleicht auch seinen Moment so langsam mal kriegt und er da auch ins Geschehen mit einwirkt. Das ist nicht so passiert, also zumindest der Part mit Lysop ist so nicht passiert. Nami hat ihren Moment gehabt, hat ihren Fight gehabt, auch wenn es nur ein sehr kurzer gewesen ist, war dann aber doch relativ schnell schon wieder an ihrer Grenze. Und naja, wäre fast drauf gegangen, könnte man so sagen. Wenn dann nicht Big Mom gekommen wäre, die ihre Ultrafusionsattacke gemacht hat mit Prometheus, mit Hera und dann noch Napoleon, die zusammen sich fusioniert haben und dann den ultimativen Kanonenstrahl gemacht haben und Ulti einfach gewonshottet haben und sie durchlöchert haben. Ziemlich heftig gewesen, aber irgendwie hätte man das auch erahnen können, dass Big Mom letzten Endes diejenige ist, die hier den finalen Shot gibt gegen sie. Das hat aber dann dazu geführt, beziehungsweise nicht dazu geführt, dass Big Mom irgendwie so sagt, ja, Nami, cool, dass du hier irgendwie versucht hast, auch Otama zu retten, sondern nö, juckt Big Mom nicht. Und ich glaube, das wird den einen oder anderen von euch beruhigen, dass das Big Mom nicht juckt und dass Big Mom trotzdem immer noch die Böse ist und ihr im Prinzip scheißegal ist, was Nami und Lysop machen, weil sie Strohhüte sind. Und auch hat man in dem Chapter noch gesehen, dass Big Mom ganz, ganz offensichtlich, ja, Otama einfach nur wieder als eins ihrer Freunde, Spielzeuge, ich weiß gar nicht, wie ich das betrachten soll, sieht. Und auch so nach dem Motto sagt, hey, wenn du nicht mein Freund sein willst, wenn du nicht bei mir bleiben willst, Otama, dann bist du mir im Prinzip auch scheißegal, dann kannst du auch verrengen. Das hat man im Laufe dieses Chapters auch gesehen, finde ich krass. Also, Big Mom ist eine Psychopathin. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, da braucht keiner von uns irgendwas debattieren. Das ist einfach ein Fakt, dass das Ganze so funktioniert. Was aber ganz interessant war, ist, wie in diesem Chapter das lustig aufgezogen wurde mit Prometheus und mit Hera, wie die beiden so ein bisschen, ja, einfach die Sonne von Big Mom und die neue Wolke von Big Mom, wie die beiden irgendwie so ein Shipping-Moment haben, ganz lustig irgendwie so und wie sie nochmal sagen, hey, Zeus ist uns scheißegal. Zeus hat ja den Hintergrund gehabt, dass der abgehauen ist, dass der bei Nami gewesen ist, dass der quasi Big Mom verraten hat, aber letzten Endes auch wieder Nami verraten hat, deswegen ist Nami pisst auf Zeus gewesen. Ja, und der ist so ein bisschen die arme Sau in diesem Chapter, Leute. Schreibt mal in die Kommentare, seid mal ganz ehrlich. Habt ihr mit Zeus mitgelitten? Diese verschissene Wolke tat mir leid in diesem Chapter, wie sie geheult hat, wie alle sie hassen, wie keiner Bock auf Zeus hat und wie Zeus da ist und sich so denkt, ich habe keinen Platz, an den ich hin kann, keine Ahnung, ich habe mit dieser Wolke mitgelitten, die letzten Endes natürlich, beziehungsweise Zeus musste letzten Endes auch erkennen, scheiße, Big Mom will mich nicht, Big Mom will mich killen, Big Mom hat mich ersetzt und ja, so hat sich letzten Endes dann Zeus dazu entschieden, okay, wenn mich sowieso alle hassen, dann möchte ich zumindest, dass eine Person mich etwas positiv in Erinnerung hat und diese Person soll Nami sein, denn Nami ist die einzige gewesen, die offensichtlich, ja, immer gut gewesen ist zu Zeus, auf ihre eigene Art und Weise, könnte man so sagen und so versucht Zeus im letzten Moment für Nami, ja, so einen Moment zu schaffen, dass sie entkommen kann. Hab ich kurz Hoffnungen gehabt, aber Oda hat da wieder so ein bisschen Funny Trolling mit uns gemacht, denn, ja, während Zeus da komplett euphorisiert mit Kraft ankommt und einen epischen Moment haben will, ja, Big Mom grabt den einfach so, one hit und sagt so, ja, ne, ich zieh deine Seele jetzt raus, auch wenn Nami noch versucht hat, Zeus zu füttern und dafür zu sorgen, dass er stärker wird, naja, ist er zumindest jetzt gerade aus dem Spiel gesetzt, viele im Chat, als ich darauf live reacted habe, haben gesagt, jo, ganz ehrlich, Kev, der wird doch never tot sein, der wird wieder auftauchen, der wird irgendwie wieder kommen und wird Nami und Lysop die Flucht ermöglichen, absolut möglich, kann absolut noch passieren, und da müssen wir aber mal auf die nächsten Chapter abwarten, ob das letzten Endes dann so noch zum Vorschein kommt. Ja, der ganze Moment wird nur durch eine Sache gerettet, beziehungsweise Nami und Co. werden dann durch eine Sache gerettet und diese Sache, diese Person nennt sich natürlich Justus Kid und das war klar, Leute, ich glaube, jeder von uns wusste, dass Kid gegen Big Mom kämpfen wird, mir fehlt im Prinzip nur noch Law, damit Law und Kid zusammen gegen Big Mom kämpfen, das ist so die Konstellation, die ich da gesehen habe, die ich da fühle, wo ich sage, hey, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, vielleicht kommt noch jemand mit dazu, dass dann der Kampf gegen Big Mom geführt werden kann, ähnlich sehe ich das übrigens oben bei Ruffy, da kommen wir sofort zu, aber das Kid hier gekommen ist und die Sache erstmal so ein bisschen entschärft, das fand ich sehr, sehr gut, das Setting ist jetzt hier auch wieder schon wieder fast gemacht, haben wir in den letzten Chaptern immer gehabt, dass die verschiedenen Kämpfe jetzt erstmal geregelt wurden, wer kämpft gegen wen und das ist auch immer noch anhalten, auch wenn Oda es ganz geil macht, denn Oda macht es so, dass wir quasi in jedem Kapitel immer nur ein ganz kleines Häppchen bekommen von dieser Aufteilung, von dieser Kampfaufteilung, wer gegen wen letzten Endes kämpft, das macht Oda sehr, sehr gut, das hat er in der Vergangenheit, ja gut, wir reden hier von über 1000 Kapiteln, hat er das nicht immer so gut hingekriegt, ja, da haben wir manchmal echt zähe Kapitel gehabt, aber mittlerweile ist Oda da so ein Meister drin und verpackt das Ganze so schön, so saftig, genau so muss das sein, Ichiro, sehr, sehr nice. Aber ja, kommen wir zum finalen Cliffhanger dieses Kapitels, Leute, und das wird sicherlich den einen oder anderen freuen, denn wir sehen am Ende dieses Chapters, relativ random, wie ich persönlich finde, wie Ruffy wieder mal komplett von Kaido weggeklatscht wird und Kaido da wieder so steht, als hätte er, ja, keine Ahnung, ein paar Kratzerchen bekommen und das war's, jetzt hat Kaido Ruffy wieder weggeklatscht und Kaido klatscht Ruffy unten, äh, oben vom Skulldome runter und Ruffy fliegt jetzt nach unten. Der Skulldome fliegt ja, der ist ja am Schweben wegen Kaido und Ruffy fällt runter. Ja, also, ich denke all diejenigen von euch, die in den letzten Wochen noch gedacht haben, Ruffy ist zu overpowered, zu schnell, zu stark geworden, ihr könnt wieder eure Base chillen, ihr könnt wieder eure Base chillen, könnt euch wieder hinchillen und könnt euch wieder beruhigen, denn offensichtlich ist Ruffy definitiv nicht zu stark und wird zu 100%, das war mir aber auch so fucking klar, dass Ruffy nicht alleine gegen Kaido gewinnen wird, das war mir so klar, das hätte jedem klar sein sollen, aber, naja, letzten Endes, äh, hat uns Oda hier nochmal gezeigt, Boys, Girls, chillt eure Eierstöcke, chillt eure Hoden, denn es ist letzten Endes so, dass hier Ruffy wieder mal keine Chance gegen Kaido gehabt hat, auch wenn er hier ein paar Hits verteilt hat gegen Kaido, was auch gut ist, dass er sich ein wenigstens ein bisschen gegen ihn wehren kann, aber alleine wird das nichts. Jetzt ist die Frage, was passiert mit Ruffy, wie kommt er da wieder hoch, wie wird der Kampf wieder aufgenommen, kommt Yamato, was ich für sehr, sehr realistisch halte, sehr, sehr viele haben ja auch gesagt, Yamato, vielleicht aktiviert sie ihre Teufelskraft, muss ja auch nur Sohan sein, viele rechnen hier mit einem weißen Tiger aus der japanischen Mythologie, dass der letzten Endes kommt und, ja, Yamato dann zusammen mit, Ruffy gegen Kaido kämpft, sehr, sehr gute Wahrscheinlichkeit, die ich auch für sehr realistisch halte, aber ob die beiden zusammen gegen Kaido gewinnen können, auch das eine Frage, da wissen wir, glaube ich, zu wenig über Yamato, wie stark ist Yamato letzten Endes, da haben wir, finde ich persönlich, so noch gar nichts, wie soll ich das sagen, was wir einranken können, wo wir sagen können, okay, Yamato ist auf dem selben Level wie Ruffy oder dergleichen, das können wir hier nicht sagen, finde ich persönlich. Da müssen wir mal abwarten, aber nichtsdestotrotz, schöner Cliffhanger gewesen, auch wenn der für mich sehr random und spontan gekommen ist und mal gucken, wo wir im nächsten Chapter weitermachen, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir nicht direkt bei Ruffy weitermachen, aber naja, so ist das ja häufig bei One Piece und das macht ja auch irgendwie den Charme und den Reiz von One Piece aus. Nächste Woche ist Pause, Leute, dementsprechend kommt da kein, ja, keine Review, aber ich mache am Wochenende, beziehungsweise jetzt die Tage, einen Podcast mit GensoTV, falls ihr den noch nicht kennt, checkt den gerne mal ab, da mache ich nämlich mit ihm einen Podcast zusammen, da reden wir so ein bisschen als Lückenfüller darüber, dass diese Woche kein neues Chapter kommt, reden wir dann darüber, was so alles passiert ist und was so unsere Meinung dazu ist. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, schaut da auf jeden Fall mit rein. Ja, Leute, jetzt könnt ihr mir gerne mal eure Meinung zu diesem Chapter von One Piece unten in die Kommentarsektion schreiben. Gerne könnt ihr auch kostenlos abonnieren, falls ihr es nicht schon getan haben solltet, und meine sozialen Medien abchecken, ja, die kennt ihr alle, unten in der Videobeschreibung, ihr wisst Bescheid. Twitch, ganz, ganz wichtig, Leute, im Streaming, ich reakte auch auf die neuesten One Piece Kapitel und das immer, wenn sie rauskommen. Also, Leute, ich wünsche euch jetzt wie immer noch einen wunderschönen Tag, Mittag oder Abend, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Ich sage Ciao und Tschüss und hoffe, wir sehen oder hören uns spätestens im nächsten Video wieder.